In diesem Video werden wir 2D-Barcode mit DataMatrix-Schrift zu entwerfen. Die RPU-Barcode Software Corporate Edition Software verfügt über zwei Modi-desichen Barcode-Einstellungen und desichen Ansicht. Wählen Barcode-Typ und Schriftart. Geben Sie Barcode-Wert. Sie können Kopf- und Fußzeilen hinzuzufügen. Sie können verschiedene Einstellungen wie, Allgemein, Schriftart, Farbe, Bildeinstellungen des Barcodes zu ändern. Wenn Sie mehr als ein Barcode-Einsatz-Vorausgestaltung-Ansichtsmodus erstellen möchten. Geben Label-Dimension und wählen Sie Kartentyp. Erstellen Sie Barcodes. Wählen Sie Barcode-Typ und Schriftart. Geben Sie Barcode-Wert. Sie können Kopf- und Fußzeilen hinzuzufügen. Sie können Größe, Schriftart und Farbeinstellungen des Barcodes zu ändern. Sie können mehr als ein Barcode erstellen. Software ermöglicht es Ihnen, Text hinzufügen und ändern Ihre Schriften. Software ist mit erweiterten Möglichkeiten zur kundenspezifischen Formen, Bibliothekbilder, Wasserzeichen und verschiedenen Formen in Barcodes hinzuzufügen. Barcodes-Software verfügt über Stapelverarbeitung Serie verfügen zur Liste mit sequenzieller Serie, konstanten Wertserie und Zufallsreihe erstellen. Sie können auch Import und Export erstellen Barcode-Listen. Sie gestalteten Etiketten in verschiedenen Formaten wie BMP, IPEG, GIF und PDF und so weiter exportieren. Und EMAI-Funktionalität ermöglicht es Ihnen, eine EMAI erstellt Barcode. Jetzt sind wir mit einzelnen Barcodes zu Demonstrationszwecken. Klicken Sie auf Druckoption. Hier haben wir zwei Modi, Vordefinierte und Handbuch. In vordefinierten Modus haben wir tausende von vordefinierten Etiketten mit Ihren Produktnummern wie ABBAI A4, Formatic, Lorenz Bell, Herma und so weiter. Sie können die Druckeinstellungen zu ändern. Wählen Sie Benutzerdefinierte und Ändern von Einstellungen nach Ihren Blätter und Druckbefehl geben. Ihre Etiketten werden hier gedruckt wird. Und wenn Sie die Druckeinstellungen manuell ändern möchten, klicken Manuelle Option und nach Ihren Medien gesetzt. Und klicken Sie auf Drucken klicken, Ihre Etiketten drucken und sofort einsatzbereit. Danke für Ihren Besuch.